Hallo zusammen, heute geht es nicht um diesen Kühlschrank, nicht um den Kompressor, sondern um die Steuerung und den Stromanschluss und diese komischen Widerstände, die ich hier habe, bei den Secco, beziehungsweise auch bei den Dampfoskompressoren. Also der Kühlschrank ist ein ganz normaler 42 Liter Kühlschrank, aber ohne Eisfach. Ich stelle den hier auf Maximum und jetzt schauen wir den von hinten her an. Zum Versuchsaufbau, ich habe hier eine 100 Amperestunden Lithium Batterie, die stelle ich hier weg, weil das ist jetzt meine Stromversorgung. Dann geht das Kabel hier hoch auf Plus und Minus, daneben geht Licht weg. Da habe ich den Ventilator angehängt und den Thermostatenschlaufe, kommt aus der Nähe. Und ich habe zum Beispiel hier einen Ampermeter, stellen wir mal einen auf 200 und das lege ich hier dazwischen. Und wir sehen hier, ich habe einen Stromverbrauch von Minus 5,4 Ampere. Und wenn ich das jetzt drehe, dann habe ich einen Stromverbrauch von Minus 5,4 Ampere. Und wir sehen jetzt hier mit diesem Ampermeter, ich habe hier die Stromanzeige, was der Kühlschrank an Strom zieht. Ich hoffe, man sieht es, der Stromaufnahme ist hier 2,3 Ampere. Wenn ich jetzt den Kühlschrank innen drin über den Thermostat ausmache, ich drehe, der Kühlschrank geht aus, die Stromausnahme geht auf Null, was eigentlich logisch ist. Und ich drehe den wieder hoch. Und ich habe hier noch die Steuerung identisch. Wir sehen hier die Anschlüsse vielleicht besser. Ich habe oben Minus, dann Plus. Das kleine Plus ist identisch wie das große Plus. Das F für den Fan oder Ventilator. Hier habe ich einen Programmier-Eingang. C ist Command, also Zentral-P ist für den Unterspannungsschutz. Und T ist für den Thermostaten. Bei diesem Kühlschrank ist das relativ einfach. Ihr habt vielleicht vorher noch gesehen, wenn der Kühlschrank wieder einschaltet, braucht er mehr Strom. Kühlt dann runter, dann fällt der Druck zusammen und dann geht auch der Stromaufnahme zurück. Da sagt man, so eine Minute wäre das so. Das ist nicht der Anlaufstrom. Jetzt haben wir wieder die 2,5, 2,7 Ampere Stromaufnahme. Wenn ich den Kabel hier auf T ausziehe, geht er aus. Er sollte auch ausgehen. Und ich nehme zum Beispiel hier unseren Standardwiderstand für 1500 Ohm. Ich stecke den hier ein. Schließe den wieder an. Dann geht der Kompressor wieder hoch auf 3,5. Läuft auf 3,5. Und dann geht er theoretisch, wenn ich den nicht drin habe, wieder runter auf 2,7 Ampere. Warum startet er immer mit einem höheren Strom, dass es ganz einfach der Druck im Kühlelement steigt und dann braucht er einen Moment, bis er runterdreht. Jetzt bei dieser Steuerung und diesem Widerstand passiert nach 30 Sekunden Folgendes. Er fängt an, mit der Drehzahl hochzudrehen. Das heißt, er läuft nicht mehr auf 2000 Umdrehungen, sondern auf 3,5 Tausend Umdrehungen und braucht durch das, ich sage mal, fast das doppelte Strom. Wir sehen hier, dass dieser Strom jetzt 5,1 Ampere ist. Ich ziehe jetzt hier, jetzt habe ich ausgesteckt. Ich mache hier eine Drabdrücke rein. Hier stecke ich wieder an. So solltet ihr wieder diese etwa 2,7 bis 3 Ampere aufnehmen und nach 30 Sekunden fängt er wieder an hochzudrehen. Jetzt fängt er an hochzudrehen, man hört es auch. Er zieht wieder seine 5 Ampere. Und jetzt nehme ich diese Brücke und probiere die hier rein zu hängen. Jetzt habe ich diesen Widerstand überbrückt mit diesem kleinen Draht hier. Und jetzt geht der Strom wieder runter auf 2,7 Ampere, 2,6 Ampere. Und wenn ich diese Drahtbrücke wieder rausziehe, fängt er an, wieder hochzudrehen. Wieder auf seine 5 Ampere. Weiter haben wir den hier, das ist bautechnisch bedingt, zum Beispiel in Boxen, wenn wir hier keinen Platz haben. Wir haben teilweise diese Platinen drauf. Da gibt es dann zum Beispiel, dass er nicht auf Maximumdrehzahl hochläuft, sondern nur auf 2,5. 1.000 Umdrehungen oder 3.000. Und dann habe ich noch, aber hat sich eigentlich nicht bewährt. Ich kann hier oben auf C einstecken und dann 2.000, 2.500, 3.000 und 3.500 Umdrehungen. Und wenn ich hier eine Brücke mache zwischen C und dem P, dann stelle ich den Unterspannungsschutz tiefer, dass er dann abschaltet bei zu wenig Spannung. Also so jetzt schaltet er aus bei 10,5 und ein bei 12 Volt. Und wenn ich hier eine Brücke mache von C auf die zweitunterste Klemme P, man sieht es hier vielleicht besser, dann schaltet er erst bei 9,6 aus und bei 11 wieder ein. Jetzt hat der Kompressor abgeschaltet. Ich kann natürlich nicht hier einen endlos großen Kompressor draufsetzen und eine kleine Platte wie hier in diesem kleinen 42 Liter Kühlschrank. Aus diesem Grund läuft der eigentlich dann Standard mit einem auf 2.000 Umdrehungen. Habe ich aber einen 150 Liter Kühlschrank, dann reicht die Leistung nicht mehr. Dann muss ich hier mit der Leistung hochfahren und diesen Widerstand dazwischen setzen, dass der Kühlschrank mehr Strom braucht. Jetzt braucht er immer weniger, weil die Temperatur auf dem Kühlelement sinkt. Und hier haben wir auch eine leichte Vereisung, weil jetzt der Kompressor zu groß ist für das Kühlelement. Wir stecken den wieder um, machen den wieder hier drauf. Und so läuft er. Wenn ihr jetzt einen Kühlschrank habt, der nicht läuft, kann sein. Die meisten suchen ja dann solche Videos im Sommer, weil der Kühlschrank nicht läuft. Dann nehmt so eine Zange oder einen Schlink, normalen Draht, wie das hier, isoliert das Ding hier ab. Wenn jetzt der Kühlschrank abschalten würde, auch über den Thermostaten, dann braucht er 0 Ampere. Der Ventilator geht aus und ich drücke das Kabel, kann man auch ein bisschen rumdrücken und hier in diese Klemmen rein. Auch den hier rumdrücken und in diese Klemmen rein. So macht er Kontakt, dann läuft der Kompressor an und der Ventilator läuft auch. Es gibt das Symptom, dass zum Beispiel der Ventilator alle 68 Sekunden anspringt und wieder ausschaltet. Wie merkt ihr, dass der Kompressor läuft? Für das gibt es einen Trick mit diesem Schraubenzieher oder dem, den ihr habt. Den müsst ihr wichtig mit dem Griff ins Ohr halten und mit der Spitze hier drauf. Dann hört ihr, ob der Kompressor läuft. Und jetzt kommt das, was ich jetzt im Winter nicht jeden Tag predige, sondern immer wieder öfters. Wir bauen jetzt den Kühlschrank um, machen eine andere Messung. Und zwar habe ich ja hier diesen Kühlschrank und den hänge ich jetzt an, nicht, jetzt hängen wir den Kühlschrank anders an. Und zwar habe ich hier die Leitung von der Batterie, da mache ich diese Vagoklemme drauf. Dann gehe ich hier auf ein speziell dickes Kabel, das ist 0,75. Ich hänge hier das Kabel an. Dann habe ich einen kurzen Unterbruch gemacht, weil diese Vagoklemme hier, die ist abgebrochen, geht nicht mehr, kann man wegschmeißen. Dann habe ich eine neue besorgt. Aber ich habe unten diese Batterie hier. Da gehe ich mit dem Kabel hier drauf. Da habe ich hier ein bisschen Kabel, das ist so, ich sage mal 4 Meter. Wieder auf eine Vagoklemme und hier messe ich jetzt die Spannung. Und ihr seht jetzt hier, ich habe eine Spannung von minus 12,95 Volt. Das ist falsch, weil ich hier mit dem Roten beim Schwarzen messe und beim Schwarzen beim Roten. Also ich muss das jetzt im Prinzip wechseln. Da habe ich logischerweise theoretisch keine Spannung mehr. Und dann hier umhängen. Und dann müsste ich das Minus weg und 12,6 Volt haben. Ich nehme den Kühlschrank, ich habe hier immer noch meine Drahtbrücke drin. Und nehme die raus. Das heißt, der Kühlschrank hat, ich misse jetzt hier 13,8 Volt. Das ist die Spannung von der Batterie. Sobald ich hier, und ich hänge jetzt hier den Thermostaten ganz ab, und ich mache eine Drahtbrücke mit der Krokodilklemme auf C und hier eine Krokodilklemme auf den Widerstand vor. Da haben wir gesehen, dass er dann startet. Und dann fällt die Spannung zusammen. Und ihr seht jetzt, jetzt sind wir von 13,18 Volt. Wieder genau gleich gemessen, ich habe nichts geändert, auf 12,36 Volt gesunken. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Spannung, das Abfall von 0,8 Volt. Der Kompressor müsste jetzt hier mit der Drehzahl nach oben drehen. Und wir sehen, wenn die Drehzahl nach oben geht, fällt die Spannung auf 11,9 Volt. Ich muss jetzt sagen, ich habe hier eine vollgeladene Lithium-Batterie. Doch das geht dann nicht runter. Aber von 12,9 Volt auf 13,1 Volt habe ich einen Spannungsabfall von 1,2 Volt, 1,3 Volt. Und das sind 10 Prozent, die ich jetzt wirklich auf der Leitung verheize. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt nicht mehr die 13,16 Volt. Sondern ihr habt 12 Volt. Und ihr habt 1,5 Volt Spannungsabfall. Dann schaltet der Kühlschrank aus. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe den Kühlschrank geheizt. Also warmer Zustand. Wir haben wieder die 13,17 Volt. Ich hänge den hier wieder an. Der startet. Der Kompressor läuft. Und jetzt nehmen wir an, euer Kühlschrank ist warm. Jetzt fängt er an, hochzudrehen. Und weil der Kühlschrank warm ist, fällt die Spannung, weil er jetzt mehr Strom zieht. Ich bin ihn am reißen, mit dem Föhn. Noch mehr zusammen. Und ihr seht jetzt, wir haben jetzt bereits 2 Volt Spannungsabfall. Die Batterie ist immer noch die gleiche. Und 2 Volt Spannungsabfall auf der Zuleitung ist einfach zu viel. Sobald ihr eine halbvolle Batterie habt, oder nicht eine Lithium wie ich jetzt hier, sondern eine Bleibatterie, die von Haus auf schon 1,8 Volt weniger hat, messt diesen Spannungsabfall. Messen beim Eingang oder hier bei der Klemme, das macht nicht viel aus. Und dann messen, wenn der Kühlschrank läuft und wenn der Kühlschrank steht. Und wenn ihr Ventilator läuft und alle 68 Sekunden probiert anzuspringen, dann habt ihr das Problem, dass ihr mehr als diese 2 Volt Spannungsabfall habt. Ich habe jetzt hier noch ein längeres Kabel verwendet. Und 13,19 Volt, das ist die Batteriespannung, die ihr dann misst hier oben. Ich mache hier meine Brücke wieder drauf. Jetzt läuft der Kühlschrank an. Und jetzt läuft er von 13,8 Volt runtergebrennt. Und jetzt sehen wir, jetzt dreht er hoch. Ich mache noch ein anderes Video. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich mache euch einen Tag. Vielen Dank.